Hey, es gibt spektakuläre Nachrichten. Emil Ocean kann nämlich laufen. Wie haben Sie das gemacht? Und zur Feier des Tages machen wir heute mal so einen richtigen Wellness-Spa-Tag und zeigen euch, was man seinen Kindern an so heißen Tagen Gutes tun kann. Wichtig ist natürlich, ganz viel zu trinken. Und damit es nicht den ganzen Tag Wasser sein muss, machen wir uns einfach eine Limo selber. Kleinen Spritzer Zitrone rein. Ein bisschen Agavendicksaft. Und als Höhepunkt ein bisschen frische Minze. Hier geht's lang, hier lang. Oh, klappt ja schon fast. Aber es ist natürlich tierisch anstrengend. Und deswegen gibt's gleich eine richtig schöne Fußmassage für Babys. Es ist nicht nur sehr heiß und Emil Ocean hat begonnen zu laufen. Er kriegt auch noch Zähne. Also ist ganz wichtig, vor allem die ganze Zeh-Partie zu massieren. Die Fußreflex-Ton-Massage ist beendet. Weiter geht unser Wellness-Tag. Nicht vergessen. Dankeschön. Viel Obst und Gemüse essen. Am besten natürlich welches mit ordentlich Wasser, wie zum Beispiel Wassermelone oder Gurke, Sellerie. Sowas ist alles gut an so heißen Tagen. Dankeschön. Vielen Dank. Und ich glaube, das ist der Höhepunkt unseres kleinen Baby-Wellness-Tages. Ein Bällebad voller Wasser. Mehr geht nicht, um sich bei dem Wetter ordentlich zu erfrischen. Also Leute, genießt dieses wahnsinnig tolle Wochenende und macht euch eine richtig schöne Zeit mit der Familie. Vielen Dank.